Dollar aber mein Opa hat um so ein Gulden noch gefunden gehabt also was die damalige Währung war ein Gulden ich weiß nicht was das heute entsprechen würde das könnte ich denn hier vorne hinbauen ich will irgendwas hinbauen ich will irgendwas bauen heiße die fehlt aber nichts ein oder was nee ich weiß gerade überhaupt nicht ich geh erstmal was essen es gibt schon wieder dunkel oder fu äh nee nee die ist gerade eben erst ach Silvio hat bestimmt auf tag gestellt und da wird das bei uns auch immer stark ach sooo ok aber das dürfte eigentlich nicht sein mh so speck charlis kleine welt hihihi 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 oh ich hab die Axte ach so ja der macht ähm irgend so ein Computer was ja frag mich nicht wie wer was das hat auf irgendeinem Server gesehen wo er war und er baut jetzt irgendwie so einen riesigen Computer wie geil was kann man mit dem denn machen kein Plan Battlefield 3 spielen hihihi ja das ist ja sowieso die größte Verarsche ever es kann sogar sein dass der komplette Verkauf eingestellt wird ne ernst im Ernst ja und dass Amazon auch ähm die gekauften Spiele wieder zurücknimmt öh oh da wird sich mein Freund aber richtig ärgern naja wenn es bei ihm funktioniert dann kann er es ja behalten aber ist schon was dann ähm für die zum Beispiel bei mir funktioniert es ja nicht mein Spiel stürzt ja immer nach ein paar Minuten ab ich find das voll gemein ne bei Saratzer funktioniert es und bei uns nicht ja das merke ich recht boogie ob es mit dem funktioniert oder nicht ähm ich will wusste dass es bei mir funktioniert ich kenn schon die gesamte Story ich wurde gespoilert es ist nicht lustig aber die Story ist genial ach so ja ja die Story ist wirklich witzgeil ich hab ja angefangen ich bin bis zum vierten Speicherpunkt am Ende ne bis zum fünften gekommen das war das meiste danach hat sich wieder aufgehangen das Game ich habe alles ausprobiert ähm ich habe alles ausprobiert Grafik auf Ultra gestellt Grafik auf Gering gestellt es ging gar nichts das ist mann ja das ist das ist echt ich bin jetzt die Kräfte ist warum ich auch diesen riesigen Tunnel ja rüber zur Insel ah ja richtig oh mein Gott brauche ich dafür Holz ja du hast doch bitte genug ich glaube ich warte dass das Hühnchen fertig wird ich habe Hunger ich rette dich das Holz 27 Hühnchen die dann jemals vork בשC kettle so und eins noch yum nyam nyam n calling so jetzt ist es wieder voll So, für deine... Wo bist du eigentlich gerade eben? Wo bist du? Ah, da draußen. Äh, ich hab mich kurz, äh... Hier, für deine Arbeit. Da. Wo? Leg hinter dir im Dreck. Äh, hallo, darf ich das jetzt mal essen? Alter! Ey, cool, deine Chicken, die du mir zugeworfen hast, sind verschwunden. Ah, doch nicht. Pft, äh, ich wollte gerade sagen. Ähm, ich geh da mal holen. Äh, ne, ich geh jetzt kein Holz hacken, was könnte ich... Haben wir eigentlich Schienen da? Äh, nein. Und ich kann dir auch gerade nicht antworten, weil ich gerade mit Fressen beschäftigt bin. Doch, rein theoretisch... Haben wir doch... Warte, ich guck mal auf... Doch, wir haben 36 Schienen. Und dann könnte ich jetzt eigentlich auch mal das Eisen... Spieze hat keine. Ne, ich hab 36 gefunden. Okay. Ähm, ich hätte jetzt... Was könnte man so... Was könnte man allgemein auf dem Server bauen? Könnte man ja mal so in die Runde fragen, was könnte man bauen? Hm. Ich hoffe, da meldet sich jemand. Anno Master 97, das geht an dich. Ich hätte jetzt mal Bock die Brücke neu zum... Ich mach jetzt erstmal die Brücke auch neu. Drecksbrücke hier, ey. Was wollte ich jetzt eigentlich? Den Tunnel weiter bauen. Ah ja, richtig. Und ich wollte erstmal schön Stone brennen. Den Hafen wollen wir auch... Den Hafen will ich ja auch unten bauen. Den Hafen. Falls du das noch nicht weißt. Äh, nein, weiß ich noch nicht. Jetzt weißt du es. Yay, ich weiß was. Hahaha, famous. Oh, ich hab das Holz vergessen. Ähm, ich weiß jetzt... Erst weiß ich gar nicht, was ich machen will. Und jetzt... Jetzt auch nicht. Äh, doch, jetzt... Jetzt weiß ich, was sie machen will. Aber jetzt weiß ich, wo wir die anfangen will. Ich will drüben den Bauernhof bauen. Ich will den Hafen bauen. Ich will die Brücke bauen. Äh, die Brücke wäre erstmal am wichtigsten, oder? Ähm. Da sieht es wenigstens geil aus hier vorne. Sieht so total asy aus, ey. So eine Dirt-Brücke. Alter, wir hatten das gebaut, ey. Das will keiner haben. Ja, ne? Irgend so ein Spaß war das gewesen. Bestimmt, da hat sie bestimmt hier reingehackt. Äh, ich glaube. Ja, ne, ey. Ey, man, ey, den BANNig, wenn ich sie sehe. Oh, abgesoffen. Schuffe kaputt. So, 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 so. Quark, das ist für mich eine free, free-puléuit Fig Harvard. Ja, deshalb ist es gut zufrieden. Hier sind jetzt viele Portale auf dieser Welt. Also auf der Hauptwelt, die wir eigentlich nicht nennen wollten. Also hier gibt es ein Portal auf dieser Welt, das zeigen wir euch aber erst später. So bei Folge... 3000? Genau. Denn es gibt hier nämlich noch ein Portal, was in unserer Hauptwelt wird. Das ist jetzt hier nur so ein Nebenportal mit dem Plugin, falls es wieder zigtausend Fragen kommen. Ähm... Bestimmt nicht. Die Fragen alle bei mir nach. Creeper! 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 Scheiße, fickt euch! Fickt euch! Ist der Creeper jetzt mit deinen Sex so... Äh, ich... Hör auf! Nein! Boah, ich spreng den jetzt einfach. Du hast echt wie ein Mädchen gespickt. Ich hasse diese Viecher. Ah, jetzt kommt der raus! Nein! Okay, ja, die Burgle mit weggespringt, ist okay. Meine David... Heißen auf Brustbehaarung, jetzt komm ich hier, wettel was! What the fuck, wo's... Was war der Creeper? Ey, ich hab mich über zerschrockt, ich geh jetzt durch in die Höhle rein und auf immer kommt das Vieh auf mich zugelaufen. Ey. Ja, das hat mich auch verfolgt, aber ich konnte es abhängen. Uhu! Hallo! Na? Sieh jemand? Ich hab doch alle gelesen. Oh man, oh, hier ist niemand. Mach's... Mach's... Macht ihr gerade. A dicker land bitch! Hehehe. Entferntlich, ich hab hier gerade... ...ne Spinne gehört. Bill P. Yeah, er weiß die Abkürzung. Hehehe. Ah, jetzt berlinen wir wieder. Super, danke. Ähm... Stone sind immer noch, ähm, dann geh ich jetzt mal hinter... Warte mal, Schienen, 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 die schielenden Schienen, ähm... So, so... Pam! Ich breche hier ein, das ist mein eigenes Haus und ich breche ein. ...ähm... ...ähm...